Ja, Donnerstag geht es auch in der Europa League weiter. Dort stehen im Vergleich zur Champions League ja schon die Rückspiele an, der Zwischenrunde. Da gibt es ja noch eine Runde mehr. Da kommen dann quasi, wenn in der Champions League die Rückspiele sind, in der Europa League kommen dann schon die Achtelfinals. Deshalb haben wir dort ein wenig mehr Anhaltspunkte und können schon mit dem Hinspielergebnis so ein wenig vergleichen und sagen, okay, was erwarten wir da für ein Spiel. Besonders spannend ist die Ausgangslage über Betis Sevilla gegen Starren. Das Hinspiel war ein 3 zu 3 in Frankreich. 3 zu 3 hört sich an einem spektakulären Spiel an, war es auch. Aber das 3 zu 3 war insgesamt für die Franzosen, also für die Gastgeber, sehr, sehr glücklich. Wenn man sich da die Statistiken anschaut und das Spiel angeschaut hat, war Betis Sevilla die ganz klar dominante Mannschaft über 90 Minuten. Sie hatten, ich glaube, 70 Prozent oder mehr Ballbesitz. Unfassbar viel mehr Torschüsse und Chancen. Und am Ende haben sie kurz vor Schluss nur 90 Minuten das 3-3 ausgemacht. Eigentlich wäre ein Auswärtssieg verdient gewesen und Rennen muss eigentlich froh sein, dass die überhaupt noch eine Chance haben im Rückspiel. Und ja, deshalb denken wir, das Hinspiel ist das absolute Hauptargument, weshalb wir denken, Sevilla ist die viel bessere Mannschaft bei diesem Duell. Und ja, sie werden deshalb auch im Rückspiel vor heimischer Kulisse jetzt sich dann auch durchsetzen. Sevilla ist immer eine sehr, sehr heimstarke Mannschaft. Und ja, wenn man im Hinspiel aussort schon so dominant ist, dann sehen wir keinen Grund, weshalb eine Woche später sich das Ganze jetzt drehen sollte. Zudem denken wir, dass Rennen insgesamt überschätzt wird. Das war in den letzten Wochen schon immer so, da haben sie so einen glücklichen Sieg mal im Pokal gegen Lille geholt, bei dem es eine rote Karte im Spiel war. Und ja, am Wochenende, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, da haben wir Rennen auch im Tippbereich gehabt, und zwar im Tipp gegen Rennen auf Starrem. Und der hat ja funktioniert, 2-0-Sieg. Heißt, es war schon so ein Zeichen, okay, wir hatten recht, Rennen wird tatsächlich überschätzt ein wenig und die sind einfach nicht so gut, wie sie vielleicht insgesamt wirken. Und jetzt durch die letzten beiden Spiele sind wir da so sehr bestätigt worden, dass wir keinen Grund sehen, weshalb sich das diesmal am Donnerstag groß ändern sollte. Ja, dann kommt noch eine Tatsache hinzu, die irgendwie ein bisschen faszinierend ist. Die spanischen Teams in Europa, die räumen eigentlich immer ab, vor allem in der Europa League. Sevilla ja mehr oder weniger ein Dauersieger, also FC Sevilla, auch Bilbao war dann dort schon stark und eigentlich egal, wer da spielt, sie performen. Bestes Beispiel letzte Woche Sporting Lissabon gegen Villarreal. Villarreal-Tabellenvorletzt in La Liga und dennoch gewinnen sie in Lissabon 1-0 und verschaffen sich eine super Ausgangslage für das Rückspiel. Also die Spanier performen eigentlich immer und auch Betis wird deshalb hochmotiviert sein und will auf jeden Fall ins Achtelfinale. Und wenn wir uns ein bisschen vorstellen, so von der Psyche her, die beiden Mannschaften. Nach dem Hinspiel geht man raus mit einem 3-3. Betis Sevilla ist euphorisiert, denkt sich, ja, 3-3, gut. Und jetzt wollen sie zu Hause unbedingt auch sich belohnen für die gute Leistung im Hinspiel schon und wollen das Spiel gewinnen. Das ist da drin auf der anderen Seite, wissen, sie haben eigentlich glücklich einen 3-3 geholt. Da wird irgendwie die Hoffnung da nicht unbedingt so groß sein, dass sie jetzt auswärts da auf einmal die Spielkontrolle übernehmen können oder eine Chance haben. Das wird sehr, sehr schwierig. Dann kommt die Niederlage am Wochenende noch dazu. Das heißt, es spricht irgendwie alles hier, von der Psyche her, von der spielerischen Klasse her, es spricht alles für die Heimmannschaft. Wir haben das Handicap minus 1 genommen. Das hat auch einen besonderen Grund, weil angenommen Betis führt gegen Spielende 1-0, 2-1, wie auch immer, dann muss Renja eigentlich riskieren. Sie müssen aufmachen. Weil selbst unentschieden reicht ja dann nicht. Ein 2-2 wäre auch Bechte Sevilla weit, damit der Auswärts-Torregel heißt, Rennen muss eigentlich riskieren. Selbst bei einem unentschieden Stand müssen sie riskieren. Und damit werden sich Kontoschancen ergeben. Sevilla kann gut kontern, das haben sie schon mehrfach bewiesen in der Vergangenheit. Deshalb denken wir auf jeden Fall, dass auch ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung oder vielleicht sogar noch höher nicht unwahrscheinlich ist. Deshalb das Handicap minus 1 kann gut geschlagen werden. Die Quote dabei ist sehr, sehr, sehr hoch mit 2,25. Und allein der Heimsieg würde uns ja schon retten. 1-0, 2-1, 3-2. Und der Heimsieg ist schon sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn die Dominanz von Sevilla ähnlich hoch sein wird wie im Hinspiel, da hat der Ren, wie gesagt, eine wahnsinnig gute Chancenauswertung. Sie waren eiskalt dort, haben früh 2-0 geführt, dann noch 3-1 geführt und trotzdem am Ende des Spiels nicht gewonnen. Und wenn sie jetzt auswärts nicht wieder jede Chance reinmachen werden, dann werden sie das Spiel am Ende verlieren, weil Betis einfach die spielerisch bessere Mannschaft ist. Und jetzt mit dem Heimvorteil im Rücken sind wir sehr, sehr sicher, dass die Spanier den Einzug zur Achtelfinale schaffen werden und finden, das ist ein sehr guter Tipp am Donnerstag, den wir euch nicht vorenthalten wollen oder wollten. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, viel Erfolg und bis demnächst.